Der Bäcker Kamps, nur um mal ein ganz kleines Beispiel zu nennen, das ist eine Bäckerei-Kette in Deutschland. Der Bäcker Kamps hat seine eigene Yacht, auf der er vielleicht jetzt sogar gerade liegt und seinen Cocktail schlürft, es sei ihm gegönnt. Und der ist es einfach dadurch geworden, dass er selber Bäckermeister wurde und Brötchen gebacken hat und er hat es dann halt einfach geschäftlich besser gemacht. Es ist also in absolut jedem Bereich, den ihr euch nur vorstellen könnt, ist es möglich, steinreich zu werden. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst, in absolut jedem Bereich, den ihr euch nur irgendwie vorstellen könnt. Wer einen Gedanken zu diesem Bereich formen könnt, dann wisst ihr, es ist möglich, da steinreich zu werden. Und dann nutzt das, was du hast, die Energie, die du dann dadurch hast, das Wissen, was du hast, um den Bereich, in dem du gut bist, zu amplifizieren. Und der kann egal welcher sein, das kann ein kreativer Bereich sein, das kann ein finanzieller Bereich sein, das kann alles mögliche auf dieser Welt sein. Es geht dabei nicht darum, was wir speziell in unserem Leben machen, sondern allgemein das.